Ja, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, nachdem wir gerade irgendwie uns den Fauxpas geleistet haben, einen kritischen Blick hinter den Tresen zu werfen und gleich daraufhin alle mit einer mächtigen großen Portion an, wie soll ich es mal nennen, schlechter Laune reagiert haben. Dann habe ich den letzten Spielstand geladen, der da... Oh Gott, nicht alles nochmal, ne? Ich muss mir dringend angewöhnen, öfter zu speichern. Hallo. Ich dachte, Priester wären so höflich. So, so did I. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. Let me show you. Oh. Püppi, du bist meine Rettung. Was ist das? Ein Dolchwurz? Trink der Unsichtbarkeit. Trink der Gaswurm. Damit könnte ich verduften aus dem Gefängnis. Im wahrsten Sinne. Ja gut. Es ist, wie es ist. Ja. Wir machen Geschäfte. Ich würde gerne einmal das anklicken. Na komm, das muss ich doch wohl nicht. Ich folge meiner Waldläufernase. Hier riecht's nach Metallic. Körper hervorziehen. Hey! So, aufheben. So, aufheben. Aufheben. Ja. Ah, hier waren Klamotten drin, ne? Okay. Okay. Da, 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 da. War hier noch irgendwas Interessantes? Außer dem Käse? Ne. Ne. Ich weiß es nicht mehr. Oh, verdammt. Ich bin schon wieder zu schwer, ne? Oh! Boah. Okay. Wir sortieren das Ganze nach Gewicht. Oh, 16. Die kann man Schattenherz tragen hier. Zack. Sollte ich doch wieder im grünen Bereich sein. Die sollten wir zeitnah zum Einsatz bringen. Hallo. Okay. Wir nehmen tatsächlich den Hinterausgang. Wie schon das letzte Mal. Kommt mal hinterher. Alle heißt auch der Käfer. What's up for discussion? Ja, bla. Ja, bla. Alter, ich hab den Scheiß gelesen. Schattenherz, schön, dass du auch noch kommst. Wir waren grad beschäftigt. Das Ding hab ich immer noch. Hm. Jetzt hat er es erst. Alter Schwede. Gleich speichere ich. Gleich nachdem ich hier meinen Bypass gekriegt habe. Komm mal her. Ich sabbel nicht. So, Passierschein. So, der haut sich da was hinter die Binde. So. Speichern. Ja, das war natürlich ein großer Einfall. Zu lange nichts getan. Zu lange nicht gespeichert. Wo ist der Käfer? Ich kann ihn laufen hören. Da ist der Käfer. So, wir gehen jetzt nochmal ins Gefängnis. Und räumen da unten auf. Und gucken dann in der Geheimtür nach. Und davor ja speichern wir. Ich möchte gerne hier hingehen. Ja, so schön hier. Genau, dann möchte ich gerne diesen Punkt erobern. Und dann gehe ich jetzt hier hin. Und speichere. Und dann räumen wir hier unten im Keller auf. Und dann räumen wir hier unten im Keller auf. So. Blablabla, blablabla, blablabla. Hat er bald das Wort unterstützt? Name, Ohrlöffel, Anklage, Exhibitionismus. Trunkenheit und Erregung öffentlichen. Okay, den Exhibitionisten müssen wir mal. Hallo, Miss. Ja. Genau, die Onions. Ich habe keine Angst. Ich habe keine eigentliche Erkundige gegen. Gefängnisinspektion, das war irgendwie auch machbar. Blablabla mit Bonus. Ich möchte das jetzt nicht nochmal alles neu spielen müssen. Ja, das lassen wir mal so durchgehen. Alter, eine Eins, ne? Naja, was soll's. Ja. Ja, mach mal auf die Tür. Hm? So, würde ich sagen, speichern. Hm. Let's crack it open. The guard caught you picking a lock. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell. Hm. Nein, natürlich nicht. So. Who's next? Ich möchte erst mal... Kann er Personenbezahre schlafen? Zu viele Trefferpunkte. Die sind schon ab. Hier sind die Flores e fiance. DLI in die Flores zu verleiten. Ich bin die Flores. Ich habe nur noch mehr pelletelt. Ich habe die Flores und wiederhole Schlafen beschuldigt. Dann kann ich sie mit den Flores schliafen. Nee, lass es mal. Wir versuchen dich mal... Aber du kannst Stille verteilen. Kann ich den nicht irgendwie... ...nicht erreichbar? Ach, das ist doch ein Scheiß hier mit den Zaubersprüchen. Dann kann ich ja nur die Standarddinger nehmen. Ja, das ist doch ein Scheiß hier. Ja... Oh, der war instant. Mehr rettig. But... None of themasten. I don't know. It's impossible. I can't believe this... Blood comes easy these days. Can't survive this pain. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Das war's für heute. Du kannst zaubern, das gefällt mir nicht. Sehr schön. Ja, sehr schön. Oh! Oh! Can't even catch my breath. 18 Schaden. Genre und schwung. Ich mache. Ich bin davon. Ich bin davon. Ah, ich bin davon. Oh, es kommt. Ich denke, ich bin davon. Ich bin davon. Ich bin davon. Ich bin davon. Du siehst. Was hat denn der denn mit seinem Katzenbuckel? Der ist tot, es tut mir leid. 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 Was kann man dann hier? Metallschild. Nimm mal mit. Toller Helm. Der kann nix, der hat nix. Und der hat immerhin einen Schlüssel. Und der hat immerhin einen Schlüssel. Let's give this a try. So, der alte Otto, der wollte nicht reden. Und der hat immerhin einen Schlüssel. Finden wir hier vielleicht irgendwie eine Geheimtür oder was? Käfer? Käfer bleibt draußen. Traut sich nicht. Ist schüchterner Käfer. Komm, mach die Kerze an. Und? Keine Kerze. Da. Da. Die. Die. Hier. Sehr schön. Ach Gott. Wir nehmen das mal mit. Was willst du? Ich, äh... Okay, deine Sitzzeit. Dann sitzt du mal hier. Das finde ich in Ordnung. Wir kehren an den Ort der Schande. Äh, habe ich das laut gesagt? Nein, wir kehren natürlich an den Ort zurück. Ich habe nicht die Verwandträte. Ich habe nicht die Verwandträte. Wenn du die Verwandträte immer wieder auf einmal hinlugst,stab ich mich. und wie alt, das ist jetzt so, F3, das ist er hier speichern dann nehmen wir aber den alten Spielstand, den überschreiben wir jetzt mach mal die Tür auf hier guck Schlüssel zum Lagerraum ich hätte jetzt etwas anderes hier drin erwartet oh, halt, warte machen wir die Tür wieder zu Bosheit nö, können wir behalten was mag das sein, das Geheimgefängnis soll ich finden tja, mit Verlaub, ich habe hier ja Vielen Dank. Das ist der Pfeiler. Ein absolut langweiliger Raum. Und warum bin ich jetzt hier? Hm. Guck mal. Guck mal, hierher. Komme ich da rauf? Ja. Komme ich da auch rauf? In der Tat. Was soll das? Interessant. Ja, also passt schön auf, dass es da drin ruhig bleibt. Finde ich gut. Sehe ich genauso. Lass nochmal auf hier, damit der Käfer durch kann. Ich mach mal zu hier, ne? Und, äh, passt schön auf, dass hier keiner einschläft. Was immer ich gedrückt hab. Irgendwas hatte ich gedrückt. Irgendwas hatte ich gedrückt. Äh, ich geh, ich muss erstmal wieder zurück in die Stadt. Irgendwas hab ich wieder gedrückt, was ich wieder... TV-Target? Ne. Dass ich jetzt hier alle eingerahmt sehe. Ehe wie Enemy? Ne. Fünf ist schnell speichern. Ja, mach ich mich nochmal schlau, was ich hier gedrückt hab. Aber ich würde jetzt sowieso gerne einen Cut machen. Bevor wir uns hier mit dem Rest der Stadt anlegen. Ja, es ist, wie es ist, ne? Wir bleiben erstmal hier in der Stadtmitte stehen. So, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden und würde sagen, ja, wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder mit ein. Gehabt euch wohl. Geht euch mal wieder.